Was geht Leute? Mein Name ist heute Danny B-B-B-B-Nitsch. Willkommen back zu einem erneutem Live-Kommentary. Hier heute in Black Ops 2 mal wieder. Und in Team Deathmatch. Und... Mh... Ja... Ich... Spiele heute. Und ähm... Also ich hab jetzt... Ich hab auch ein paar Videos gesehen zu Black Ops 2. Jetzt paar Informationen dazu. Und das Ganze. Und ganz ehrlich, ich... Interessier mich jetzt nicht so dafür, solange ich das Spiel nicht spiele. Weil im Endeffekt... Kann das Spiel ein doch ganz anderes werden. Und dann sind doch alle enttäuscht. Aber ich hype das Spiel auf jeden Fall. Aber ich kann euch sagen... Die wichtigste Sache, die ihr wissen müsst... Ah, Black Ops 3. Wow! Das ist so... Oh mein Gott, okay. Nicht? Nein, 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 nein. Wir wissen ganz genau, du willst das nicht tun. Wir wissen ganz genau, du willst das nicht tun, mein Freund. Und jetzt erdenlang, was macht er da? Hahaha. Aber die wichtigste Sache ist, dass das Spiel nicht so wie Advanced Warfare... Was? Er hat uns Collateraled. What the fuck? Manche ein bisschen, manche Sniper sind so einfach so gut. Unglaublich. Ist ja schon ein bisschen lächerlich sogar manchmal. Muss man ja schon ganz ehrlich sagen. Hahaha. Aber das Spiel wird null so sein wie Advanced Warfare. Ich denke, das ist eigentlich das... Das Wichtigste. Das Wichtigste. Also, das, was viele erfreuen wird. Und mir wurde auch gesagt... Nice. Dass 90% der Kämpfe auf dem Boden stattfinden werden. Und ihr könnt zwar Wallrunnen und sowas. Wenn ihr den Weg allerdings wählt, dann besteht auch die Wahrscheinlichkeit... Also, dann ist es wahrscheinlicher, dass ihr stirbt. Das ist halt leider so. Nice. Und wo kommt die von hier? Nice, 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 nice. Das will ich sehen. Also, ihr könnt zwar die Abkürzung nehmen und... Einfach mal Walljumpen und schneller an das Ziel kommt zum Gegner. Aber dann besteht auch die Wahrscheinlichkeit, dass ihr stirbt. Und die ist definitiv höher. Aber wie gesagt, 90% der Kämpfe finden auf dem Boden statt. Ich werde sterben. Ja, ich wusste es. Verrammt! Wieso bin ich nicht vorsichtiger? Oh, Mann. Ich will schon gerne Killstreaks erreichen. Wir werden wahrscheinlich ein zweites Spiel noch machen, wenn ich es nicht schaffe. Definitiv. So, ich glaube, die kommen von da. Im Lust und Ganzen muss ich aber auch sagen, ich freue mich auf jeden Fall richtig doll auf das Game. Seh dich, nice. Vielen Dank. Vielen Dank für den Kill, mein Freund. Ich kann hier warten eigentlich. Soll ich hier warten? Also, wenn hier keiner lang kommt, dann habe ich keine Ahnung. Hier kommt keiner lang, was? Ah, oh mein Gott. Das ist geschehen. Ja, ja. Hab ich gedacht, mein Freund. Und du siehst richtig schlecht. Das kann ich dir mal sagen. Da ist jemand. Nice. Drohne steht bereit. Was zum Teufel, hä? Habt ihr das gesehen? Achtung, feindliche Drohne. Kommt schon. Nice. Nice. Oh mein Gott. Die lassen sich so einfach töten. Aber wisst ihr, wenn die euch treffen, ne? Dann seid ihr so sauer. Also eine Sache, die ich nicht weiß, und zwar, wie sind die Steifer so in dem Game, das weiß ich auch nicht. So, kurz warten vielleicht. Nice, 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 baby. Das will ich sehen. Fernhelikopter, nice. Nice, nice, nice. Vielen Dank. Das war ja easy. Das will ich sehen. Nice, vielen Dank. Das will ich sehen. Platzier den. Nice, 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 nice. Die Gegner sind ja lieb. Die haben ja alle Kills, baby. Ich liebe diese Stelle hier, die ist übel OP. Gott, bin ich gerade pumpt, Alter. Oh, was? Die kannte ich nicht. Wie, die kannte ich nicht die Stelle ohne Scheiß. Ich habe diese paar Mal gespielt, aber diese Stelle kannte ich definitiv nicht. Nice, baby. Das will ich sehen. Das ist, was I wanna see when I'm playing the game, man. Ich wusste gar nicht, kann man da drauf? Ich habe auch nie jemand drauf gesehen. Ich bin auch nie drauf gewesen. Aber das war ein gutes Game. Für mein... Ich habe ein bisschen vorher schon gespielt. Ich habe mich ein bisschen warm gemacht. Aber das ist das Wichtigste, was ihr wissen müsst. 90% der Kämpfe finden auf dem Boden statt. Und... Ja, natürlich gibt es Zombies. Und es wird mehr so sein wie Black Ops 2. Es sieht so aus, als wäre es... Als wäre es so wie Advanced Warfare. Aber lasst euch nicht davon täuschen. Es ist nur ein Trailer. Und ich weiß, Advanced Warfare ist sehr actionreich. Und der Trailer war auch sehr actionreich. Aber das bedeutet gar nichts. Ihr könnt Frostjumpen, so nennt man das. Da könnt ihr euch kurz in der Luft befinden, aber das ist nicht mal annähernd dasselbe. Das ist eine komplett andere Welt. Und ganz ehrlich, Black Ops 1 und Black Ops 2 waren einer der erfolgreichsten CODs. Das meistverkaufte war MW3. Und Black Ops 2 war das zweitmeistverkaufte. Und ganz ehrlich, ich denke, Black Ops 3 wird es am Anfang schwer haben, weil Advanced Warfare und Ghosts vorher nicht so gut waren. Aber ich denke, wir werden ein geiles COD haben. Ich bin sehr, 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 sehr optimistisch. Und ja, da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Also ich würde das Video vorher das mir nicht stehen lassen. Vielen Dank für das Schöne-Show. Und wenn es euch gefallen hat, dann zeigt, wie bad ass. Ihr seid und liked dieses Video. Schau auf meinem Kanal vorbei. Mehr Videos sehen, die ich produziert habe. Und abonniert ihr euch jetzt, wenn man so nach dem Beispiel steht. Und ich werde dich im nächsten Video wiedersehen. Dann sage ich immer noch 3, 2, 1, shop. Was geht's, Leute? Mein Name ist Danny B-B-B-B-B-Nitsch. Willkommen zurück zu einem neuen Video. Und der Black Ops Die Reveal Trailer ist Sausten. Dort sehen wir paar Oste von der Story und um was ist...